Das war sie. Die Kieler Woche 2015. Die Woche der Superlative. Der Promis, der Geschosse und der sportlichen Spektakel. Das größte Volksfest Europas hat mehr als 4 Millionen Menschen angezogen. 1.600 Boote, Segler aus 41 Nationen nahmen teil an 400 Regatten. Kieler Woche TV hat 9 Tage fast 40 Stunden live gesendet und mehr als 12 Millionen Impressions im Internet hinterlassen. Mit modernster Technik, der Unterstützung von Audi und SAP und höchster Professionalität sorgten die Übertragungen für das meistgesehene Segelevent des Jahres weltweit. Tradition, Preisgelder und die Aussicht auf den Ruhm, die Kieler Woche zu gewinnen, lockten insgesamt 3.800 Segler nach Kiel. Die Kieler Woche hat auch in diesem Jahr wieder Maßstäbe gesetzt. Wenn Kiel die Olympischen Spiele 2024 ausrichten sollte, wird die größte Segelveranstaltung der Welt endgültig zum Mecker des Segelsports.